Was wäre, wenn Google und MySpace sprechen könnten und live, hörbar und sichtbar, rund um die Uhr mit ihrer Community kommunizieren würden? Heute ist das noch Zukunftsmusik, aber auch eine Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist. Die Medienmarke Big FM gestaltet diese Online-Zukunft aktiv mit, denn wir lieben das Neue. Ob on-air im Radio oder online mit der Big Music Community. Über Handy-TV, im DMB-Netz oder auf vielen, vielen Live-Events. Big FM ist am Puls der Zeit und dort zu Hause, wo die Zielgruppen es auch sind. Über unsere verschiedenen Kanäle erreichen wir rund 2 Millionen Menschen in ganz Deutschland und das täglich weit über unser FM-Sendegebiet hinaus. Den Schritt ins Radio 2.0. Big FM hat ihn bereits 2005 geschafft, zur rechten Zeit, denn der Big FM-User hat sich vom passiven Konsumenten zum aktiven Teilnehmer entwickelt. Er nimmt Einfluss auf Inhalte, ist aktiv on-air, präsentiert sich und seine Interessen und kehrt aus diesem Grund immer wieder zu seinem Medium zurück. Dort, wo Big FM als Navigator durch ein fast unüberschaubares Musikangebot gefragt ist, verstehen wir uns als moderierende Experten und begeistern mit der größten deutschen Database für neue Musik im Radio. Von Ulm bis Saarbrücken, von Düsseldorf bis Freiburg. Big FM ist überall dabei. Wir wissen, was wo, wann passiert und vor allem, was wen wirklich bewegt. Deshalb hat Big FM sogar dort Fans, wo es Big FM als Radiosender eigentlich gar nicht gibt. Denn über das Webradio, die Podcasts und unserem Handykanal sind wir im ganzen Land dabei. Auf Big FM2C kreieren wir hörbare Bilder und präsentieren unsere Werbepartner innovativ im Handy-TV. Als Motor der Radio 2.0 Bewegung in Deutschland schlagen wir mit bigfm.de online die Brücke zum Offline-Medium-Radio. Dabei ist Storytelling die Basis der Aktionen von Big FM. Denn Unterhaltung lebt vom Spiel des Helden mit dem Publikum. Helden wie Dispodita, Deutschlands erste interaktive Radio-Online-Gewinnspielfigur. Eine perfekte Vernetzung von On-Air, Online, Mobile und Event. Diese mehrfach ausgezeichnete, innovative Aktion zeigt eindrucksvoll, dass die Verbindung aus Radio und Online eine messbar höhere Werbewirkung erzielt als jedes Medium alleine. Crossmediale, lebendige und intelligente Inszenierungen haben eine besondere Kraft, den Konsumenten von heute zu verführen. Die Big Music Community ist das jüngste Kind der Big FM-Familie. Hier stöbern die User in der größten Musikdatenbank für neue Musik im Netz und können schon heute die Hits von morgen hören. Sie diskutieren und stimmen darüber ab, welche Songs im Webstream laufen sollen. Aber nicht nur online trifft sich die Big FM-Community, sondern auch bei unseren Off-Events, die eindrucksvoll zeigen, wie aktiv die Medienmarke Big FM Menschen bewegt. Unser Ziel und unser Angebot. Hochattraktive, zielgruppenaffine Umfelder. Zum Beispiel Big City Beats, Deutschlands erfolgreichstes Club-Music-Format. Oder die Big FM Groove Night, bei der wir nicht nur regelmäßig die Stars der deutschen R'n'B' und Hip-Hop-Szene präsentieren, sondern auch die Angebote und Botschaften unserer Partner. On Air, jede Stunde aufs Neue begeistern. Das ist Big. Online mit einer jungen, anspruchsvollen Zielgruppe multimedial interagieren. Das ist Big. Mobile, die User visuell und interaktiv erreichen. Das ist Big. Offline mit über 400 jährlichen Events mitreißen. Das ist Big. Kunden und Partnern in diesen attraktiven Umfeldern unkonventionelle Platzierungs-, Werbe- und Kooperationsmöglichkeiten bieten. Das ist Big. Und das alles aus einer Hand. Das ist Big FM. Das ist Big. Das ist Big. Das ist Big. Das ist Big. Untertitelung des ZDF, 2020